Howdy Leute, I am Iftaka hier und ja, ich hoffe erstmal ihr seid gut ins Jahr 2023 gestartet, ohne irgendwelche Verletzungen oder sonstiges, ist natürlich wieder viel Scheiße passiert, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, wir gucken uns heute als erstes in diesem Jahr, zeige ich euch ein Kriegsgeistzellenbild, das wurde sich jetzt schon ein paar mal gewünscht, auch unter dem letzten Video, ey macht doch mal Titan, Kriegsgeistzellenbild etc. pp. Okay, ich werde euch das heute zeigen, ich habe vor einem Jahr schon mal ein Kriegsgeistzellenbild oder Video dazu hochgeladen, habe gezeichnet, wie gut Kriegsgeistzellen eigentlich immer noch sind, das war auch schon nach dem Nerf, werde das heute nochmal ein bisschen spezifischer machen, was Exos und Waffen angeht, das habe ich damals nicht so im Detail besprochen, also das heißt, ich werde für jede Klasse so ein bisschen die Exos ansprechen, die ich da sehe und genauso gut die Waffen und ja, ich würde sagen, wie immer, wir gucken uns das Ganze kurz so ein bisschen im Gameplay an und dann gehen wir in den Theorie-Teil. Viel Spaß mit dem Video! Viel Spaß mit dem Video! Bis zum nächsten Mal. 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 in die Sammlung. Und zwar Waffen. So, wir gehen erstmal auf Maschinenpistolen und da haben wir folgende Alternative noch zu der Icolos MP. Und zwar ist das die 7. Seraph MP. Spiele ich auch persönlich sehr gerne. Ich sehe schon, ich mache das lieber über Ishtar Commander. Fällt mir da ein bisschen leichter, als wenn ich die jetzt in der Sammlung raussuche. So, wir geben hier oben mal ein. 7. So, hier. Meine 7. Seraph MP. Aller guten Dinge sind 4 und Libelle. Spiele ich auch sehr, sehr gerne. Eignet sich sehr gut dafür. Dann hätten wir natürlich eine 7. Seraph Schotflinte. Das lohnt sich natürlich nicht. Aber eine 7. Seraph Pistole könntet ihr auch noch spielen. Oder wir sehen schon im Kinetic Slot 7. Seraph Karabiner. Der jetzt auch mit Ziel anvisieren seit dieser Season kommt. Der hat also auch neue Perks bekommen. Auch sehr gut. Und dann haben wir natürlich den 7. Seraph Offiziersrevolver. Habe ich jetzt hier zum Beispiel mit aller guten Dinge sind 4 und Zeitladung. Könnt ihr ja jetzt auch craften. Glaube ich zumindest. Müsste eigentlich craftbar sein. Oder? Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Baupläne, Katalysatoren, Handfeuerwaffen. Ne, könnt ihr nicht. Aber die Ecolos Handfeuerwaffe. Die könntet ihr craften. Und so habt ihr dann auch nochmal eine craftbare Alternative als Handfeuerwaffe. So, bei den Heavys auf jeden Fall. 7. Seraph das 7. Seraph MG. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das sind auch so die Waffen, wo ich sage, die lohnen sich wirklich. Ja, wie gesagt, sowas wie Schrotflinte oder auch die Ecolos Sniper. Das lohnt sich jetzt nicht wirklich, um Zellen zu erzeugen. Da solltet ihr schon eine Primary nehmen oder ein MG zum Beispiel, weil ihr damit halt auch sehr schnell clearen könnt. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ja, genau. Ich werde mal eben ganz kurz die Mods wechseln. Und zwar setze ich jetzt mal auf mein Klassengegenstand. Das ist ja ein leere Teil. So, ich mache mal ein bisschen Platz hier und setze da mal drauf. Wo haben wir es? Ähm, zellulare Unterdrückung. Ein sehr, sehr starker Mod. Auch wenn ihr zum Beispiel nicht den Einsatztrupp Sanitäter spielen wollt oder sowas. Ja, ähm, gucken wir uns auch mal eben ganz kurz an. Ja, ist natürlich jetzt blöd gefallen die Zelle. Die bringt uns natürlich nichts. Wir gehen mal eben ganz kurz darüber, wo wir ein paar Gegner haben. Und da zeige ich euch das mal ganz kurz. So. Da lohnt sich das doch. So. So, jetzt guckt mal. Zack. Auf die Zelle geschossen. Gegner werden unterdrückt. Zack. Ja, das heißt, ihr müsst nur auf die Zelle schießen und die Gegner, die im Umkreis stehen, werden unterdrückt. Die Zelle hält auch mehr aus, ja, wenn ihr den Mod drin habt. Das ist wie Blenden halt im Endeffekt, ja. Beziehungsweise es ist wie unterdrücken, ja. Also die Gegner machen gar nichts mehr. Ihr seht das schon, ja. Und dann könnt ihr ganz entspannt, könnt ihr abräumen und könnt die nächste Zelle erzeugen und zack, könnt die Gegner wieder unterdrücken. Diese Range wurde auf jeden Fall genervt vor keine Ahnung, wie viele Seasons das war, ja. Aber das könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gut benutzen auch. Ist auch so ein bisschen, also ich weiß, VG Day One, da haben wir das so gemacht, da haben wir alle Kriegsgeistellen Builds gespielt, ja. Da war das natürlich auch, da war der Nerf noch nicht da. Aber Kriegsgeistellen sind auf jeden Fall trotzdem immer noch gut. Was man natürlich jetzt auch ganz klar sagen muss, Kriegsgeistellen Builds ist jetzt nichts, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr jetzt zum Beispiel Solo einen Spitzenreiter machen wollt. Solo einen Dungeon wird vielleicht auf irgendeine Art und Weise noch gehen, ja. Aber wenn jetzt Spitzenreiter im Team ist okay, so als Supporter, gerade so mit Einsatztrupp Sanitäter, könnt ihr das gut spielen. Aber ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, dass wenn ihr zu dritt spielt, ist natürlich eure Kadenz Zellen zu erzeugen auch niedriger, ja. Weil nämlich die Mates von euch töten natürlich auch Ziele und klauen euch im Endeffekt so mit die Kills, weil ihr braucht vier normale Gegner oder ich glaube ein Major ist es, um eine Kriegsgeistzelle zu erzeugen. So, gehen wir mal ganz kurz noch in die Sammlung und gucken mal ganz kurz noch, welche Mods sich dann noch lohnen würden. So, wir gehen auf Kampfstil. So, dann haben wir Rasputin Segen. Durch das Einsammeln einer Kriegsgeistzelle erhöht sich die Chance bei deinem nächsten Todesstoß mit einer Sraha für eine Kriegsgeistzelle zu erzeugen. Würde ich persönlich nicht reinnehmen. Kriegsgeistlich mit Licht aufgeladen würde ich auch nicht nehmen, weil Kriegsgeistzellen müsst ihr wirklich als einziges spielen, also als einziges Bild, weil wenn ihr Kriegsgeistzellen versucht zu kombinieren mit Licht aufgeladenen Bilds oder mit Elementarquellenbilds, da geht einfach zu viel verloren. Entweder geht euch zu viel von den Kriegsgeistzellen verloren oder die Elementarmods, die ihr dann drin habt oder die Lichtaufladungsmods, die bringen halt nicht mehr allzu viel. Natürlich könnte man das zum Beispiel nehmen mit Kriegsgeistzelle mit Licht aufladen und dann so ein Mod wie Feuerkraft, wo ihr dann schneller eure Granate. Das ist so ein Mod, wo ich noch sagen würde, okay, das könntet ihr noch nehmen. Also der hier, wir wissen das, ist gerade für Granatenspambilds ein sehr wichtiger Mod. Das wäre noch eine Option, wo ich sagen würde, ja kann man machen, aber alles andere macht eigentlich keinen Sinn. So, dann haben wir jetzt hier Griff des Kriegsgeistes. Damit kann man Kriegsgeistzellen aufheben und die werfen. Ist wichtig für den Mod. Wo ist es denn, wo ist es denn? Rasputins Macht. Du erhältst einen Bonus auf Waffenscharen gegen Feinde, die sich in der Nähe von Kriegsgeistzellen befinden. Das heißt, damit könnt ihr zusätzlich Waffenscharen aufbauen und wenn jetzt zum Beispiel, viele haben das zum Beispiel, ich weiß, damals noch, ich glaube, Glad war es sogar in seinem Two-Man TSK, ja, beim Endboss. Da haben die das dann so gemacht, die haben eine Zelle erzeugt und haben die aufgehoben und haben die zum Boss geschmissen, damit sie da halt mehr Damage machen. Das ist noch sowas, könntet ihr auf jeden Fall mit reinnehmen, Rasputins Macht. Ansonsten, die wichtigsten Mods sind Rasputins Zorn, welchen wir drin haben, Einsatztrupp Sanitäter, Wut des Kriegsgeistes, zellulare Unterdrückung, Kriegsgeistschutz, ja, du erleidest weniger Schaden durch Feinde, die sich in der Nähe von Kriegsgeistzellen befinden. Lässt sich sehr gut kombinieren hiermit, weil das Ding ist, zellulare Unterdrückung hat quasi einen Cap, ich glaube, es sind sechs Gegner, die ihr maximal mit dieser Zelle unterdrücken könnt und wären da jetzt mehr Gegner, dann würden die aber zumindest weniger Schaden auf euch machen, wenn sie im Umkreis der Kriegsgeistzelle stehen, ja. Das könnte man auf jeden Fall auch machen und das sind auch eigentlich die wichtigsten Mods. Kriegsgeistschutz, zellulare Unterdrückung, Einsatztrupp Sanitäter, Wut des Kriegsgeistes, Rasputins Zorn und natürlich globale Reichweite. Das sind so die wichtigsten Mods, wo ich sage, die könnt ihr wirklich sehr, sehr gut spielen, auch aktuell noch, auch trotz des Nerfs ist das immer noch sehr okay. Aber vorab für Solo-Spitzenreiter oder auch gewisse andere Solo-Sachen, es ist nicht so, sagen wir mal so, es ist nicht so, dass Kriegsgeistzellen Builds nach dem Nerf sehr viel schlechter geworden sind, es ist einfach so, dass im Moment der ganze Ability-Spam so stark geworden ist, dass Kriegsgeistzellen einfach noch weiter nach hinten gerutscht sind, wie sie nach dem Nerf sowieso schon sind. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz Exos an und einmal das Exo, was ich hier spiele, kostbare Narben. Sorgt einfach dafür, dass Todesstöße mit Waffen, deren Schadenstyp deiner Fokus-Energie entspricht, erzeugen um dich herum eine Heilungswelle. Das heißt, ich spiele hier gerade den Arcus-Baum, den Arcus-Fokus und ich habe eine Arcus-Waffe, die Ecolos-MP. Und wenn ich einen Kill damit mache, bekomme ich Heilung. Was sehr gut ist, zwar mit Kriegsgeistzellen, wir haben zwar den Einsatztrupp-Sanitäter, aber der kommt dann auch ja erst nach einer Zelle. Aber so mache ich mit jedem Kill, den ich mache, heile ich mich. Und wenn ich dann eine Zelle da liegen habe und ich mal richtig aufs Gesicht kriege, zerstöre ich die einfach und so habe ich direkt einen großen Heilungsschub. Ansonsten auch die 7. Seraph-MG ist auch Arcus, heilt mich auch. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel die 7. Seraph-MP spielen würde, ist auch Arcus, heilt mich auch. Deswegen spiele ich persönlich dieses Bild hier sehr, sehr gerne. Wir gucken aber mal ganz kurz und zwar gehen wir mal einfach so, ich zeige euch so ein paar Exos für ein paar Klassen, die ich für sinnvoll erachte, wenn ihr Kriegsgeistzellen spielt. Entschuldigung. Und zwar, wenn ihr Warlock spielt, könntet ihr dann zum Beispiel reinnehmen Stiefel des Tüftlers. Und zwar ist es so, dass wenn du in einem heilenden Rift stehst, erschaffst du Nobel-Sucher, die deine Verbündeten aufsuchen, die nicht im Rift stehen und sie heilen. Das heißt, dann fliegen wie bei diesen Nobelgeschossen von der Lumina, fliegen die ganze Zeit diese kleinen Lichtkugeln zu euren Mates und heilen die. Wenn wir jetzt dann noch den Einsatztrupp Sanitäter spielen, haben wir natürlich einen krassen Support, was Heal angeht, für unsere Verbündeten. Das ist auf jeden Fall was, kann ich euch empfehlen. Haben wir in Day One auch so gespielt zum Beispiel. Also ich sage jetzt nur für jeden so eine Alternative. Es gibt viele Sachen, ja, was ihr natürlich spielen könnt. Wie gesagt, ihr könnt alle Exos spielen mit Kriegsgeistzellen, Builds. Auf dem Titan, wie gesagt, kostbare Narben, finde ich sehr gut, weil wir halt hauptsächlich Arcus-Waffen haben, mit denen wir dann spielen, wenn wir jetzt mal die Icolos-MP nehmen, die 90% von euch wahrscheinlich spielen werden. Und auf dem Jäger, ja, auf dem Jäger könntet ihr zum Beispiel Maske von Buckris auch spielen. Ja, ist halt so, gibt euch auch nochmal 10% mehr Schaden. Also hier, nach dem Hechtsprung verursachen deine Arcus-Waffen für kurze Zeit erhöhten Schaden bei Kämpfern und du fügst für kurze Zeit allen verlangsamten oder eingefrorenen Kämpfern mehr Schaden zu, ja. Würde sich auch eignen, ja, gibt dann nochmal 10% oder, oder, oder. Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht alles durchgehen, Assassinkappe natürlich, weil dann spielt ja auch nochmal Arcus, ihr spielt Arcus Primärwaffen, ist natürlich generell, overall, Assassinkappe brauchen wir uns nichts vormachen, eh so mit das Beste, was ihr auf dem Jäger aktuell spielen könnt, ja. Aber besonders auf dem Titan, kostbare Narben, wenn ihr natürlich Kriegsgeistellen spielen wollt und ihr wollt trotzdem viele Abilities haben, dann müsst ihr natürlich Herzensinnersten Licht spielen, ist auf dem Titan immer noch absolute Must-Have-Exo, wenn es um maximale Fähigkeiten geht, so könntet ihr auch Kriegsgeistellen spielen und hättet trotzdem sehr, sehr viele Fähigkeiten ready, um dann Granaten zu schmeißen und so weiter und so fort. Dann zeige ich euch nochmal ganz kurz eine andere Waffenkombination, und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel die Xeno mit reinnehmen, ja. Xeno eignet sich für Zellenbilds auch sehr, sehr gut, weil erstmal ist es Solarschaden und ihr seht schon, ihr könnt damit auch Kriegsgeistellen machen, ja. Auch sehr wichtig und das Schöne ist auch, dass die One-Shot macht, ja. Also ihr müsst nur mal eben schnell auf eine Zelle drauf, ja. Ihr habt es gesehen, zack, bumm. Wunderbar, funktioniert wirklich sehr gut und das kann ich euch ja auch empfehlen. Xenos generell hat dieses Season auch nochmal Buff bekommen von 5%. Ja, also Xeno ist durchaus wieder sehr gut spielbar. Und, ähm, ja. Ansonsten weiß ich nicht, was es sonst noch zu sagen gibt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist jetzt wieder heute ein bisschen chaotisch, weil ich von der Arbeit gekommen bin, weil ich schon wieder seit gestern arbeite. Und, ähm, ja. Ich hab mir gedacht, komm, machen wir das noch fertig. Wie immer ohne Script und so weiter. Ich hoffe aber, dass ich alles Wichtige soweit gesagt habe. Ich werde das Bild, ähm, aber so hier reinpacken, ja. Bei dem, mit diesen beiden Artefakt-Mods. Die braucht ihr nicht, ja. Also, die Artefakt-Mods sind nicht relevant für das Bild an sich. Ist nur, wenn ihr Solo unterwegs seid oder gerade der hier, wenn ihr da mit Dürresammer spielen wollt, macht es halt Sinn, den auch reinzunehmen. Ansonsten könntet ihr hier auch einen, äh, Solar-Klassengegenstand nehmen und dann irgendwie Bomber draufpacken. Oder ihr könntet euch noch ein bisschen supporten. Hier, Teamkameraden verursachen mehr Schaden bei Champions, die du betäubst. Oder, oder, oder. Ja, ich werde es trotzdem bei dem so reinpacken. Ähm, das heißt, globale Reichweite, Wut des Kriegsgeistes, Rasputin, Zorn, Einsatzgruppe Sanitäter. Das ist auch das Bild, was ich so in letzter Zeit spiele, was ich am meisten spiele. Und genauso werde ich es euch auch bei dem reinpacken. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und nicht zu langweilig. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Ähm, guck mal, was wir jetzt so dieses Jahr noch hinkriegen. Jetzt ist natürlich langsam wieder zur Season. Man merkt, es flacht wieder ein bisschen ab. Es gibt nicht allzu viel zu tun. Ich werde aber gucken, dass ich mich um so ein paar Exos kümmere, die, ähm, nicht so Meter sind, dass wir da vielleicht noch irgendwie was Schönes zaubern, wurde sich auch öfter mal gewünscht. Ja, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao!